Von wo kommt Bündner Fleisch? Österreich. Bündnerland, keine Ahnung. Und welcher Kanton heisst Bündnerland? Bern, keine Ahnung. Hallo liebe Basler und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist es etwas ganz besonderes. Wir testen nämlich euer Wissen über den Kanton Graubünden. Und warum gerade Graubünden, das erfahrt ihr im Verlauf des Videos. Viel Spass! Weler Kanton wird als Bündnerland bezeichnet? Warte, warte. Ist es nur ein Kanton? Ist es ein Kanton? Es ist nur ein Kanton. Uri? Uri? Nein. Äh, Bern? Uff. Appenzeller. Appenzeller, ich weiss nicht. Der Kanton Appenzeller. Was ist denn so typisch bündnerisch? Was stellst du dir als bündnerisch vor? Bündnerfleisch. Bündnerfleisch, wow. Der Erste, der weiss von wo es kommt. Andere Frage. Aus wem Kanton kommt Bündnerfleisch? Äh, ich weiss nicht. Okay. Es ist der Kanton, von dem wir jetzt die ganze Zeit reden. Oh Mann, ey. Was ist denn so schwierig? Also ich verstand euch nicht. Es gibt einen Kanton, der heisst Graubünden. Meinst du, hat er etwas mit Bündnerfleisch zu tun? Nein. Bündnerfleisch? Da kommt ihr aus Kosovo. Ja, ah ja. Wie stellst du dir ein Bündner vor? Ein Bündner vor? Der ist pünktlich. Ein Bündner ist pünktlich, weil es beides ein Ü hat. Wie stellst du dir ein Bündner vor? Ein Bündner. Ein Bündner, okay. Und du? Ja, auch. Also wenn du mir so Bündner bist, dann kommen wir so das Essen dort vor. Okay, was essen sie dort? Käse. Was denkt ihr, wie viele Steinböcke gibt es im ganzen Kanton Graubünden? Was? Was sind Steinböcke? Steinböcke? Weisst du nicht, was Steinböcke sind? Kannst du ihr schnell beschreiben, was ein Steinbock ist? Ähm, es ist ein Tier, das so Hörner hat. Wie viele Hörner hat es? Männliche Kuh. Was? Nein, es ist ein Stier. Hast du gerade gesagt, ob es eine männliche Kuh ist? Nein, Mann. Könnt ihr mir eine Ortschaft im Kanton Graubünden nennen? Ähm... Nein, das weiss ich nicht mal. Du warst dort und weisst es nicht mehr? Irgendein Ort? Keine Ahnung, ich weiss es nicht. Misch dich nicht rein, Mann. Wie? Urwald. Urwald? Ist ein Ort im Kanton Graubünden? Nein, das klingt nicht wie Ur. Bitte nimm mir mal eine Ortschaft aus dem Kanton Graubünden. Ortschaft? Tessin. Wieviel Quadratkilometer Fläche hat das Bündnerland denn? Drei. Drei Quadratkilometer Fläche? Nein. Ähm... Drei! Nein! Ähm... Drei! Ja, 120'000. Mit 120'000 wäre der Kanton Graubünden grösser als die Schweiz. Genau. Ähm... Ja, ich denke etwa 16'000 Quadratmeter. 60'000 Quadratmeter. Ja. Nein, Kubik. 50'000 Quadratkilometer. 50'000 Quadratkilometer nur? Nein, es sind 7'105. Wie hoch ist denn der höchste Berg des Bündnerlandes? Matterhorn. Nein, wie hoch? Das ist keine Höhe. Ähm... Bist du 1 Matterhorn hoch? Nein. 20'000 Meter? 20'000 Kilometer. 20'000 Kilometer. 20'000 Kilometer? Nein, auch nicht. Das wäre dann die Höhe von geostationären Satelliten. Okay. 18'000. Ah... 4'000. Und 49. Naja. Wie nennt man ein solches Bauwerk? Eine Brücke. Eine Brücke, ja. Aber es gibt noch ein bisschen den Fachjargon dafür. Äh... Wie... Ich weiss es nicht. Mein Vater hat gesagt, ich weiss es nicht. Ich bin mal über den Viadukt. Richtig. Die Dame hinten dran hat natürlich ausgeholfen. Das ist eigentlich ein bisschen gemein. Via... 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 Do... Viadukt. Was ist ein Viadukt? Ich gebe euch jetzt zwei Sachen zur Auswahl. Okay? Entweder ist es ein Tunnel oder es ist eine Brücke. Was ist es? Tunnel. Noch nie gehört? Noch nie gesehen? Wird höchste Zeit, dass er mal ins Bündnerland geht? Mach mal den Bündner Dialekt nach, bitte. Das ist doch ein bisschen wie Thurgauisch. Wie ist das ich beleidigen, die armen Bündner? Der Kasten ist kaputt. Läng mal den Giant überrachten. Aua! Was? Aua! Da bist du wieder bei Bern. Wie macht die Kuh? Hm? Wie macht die Katze? Miau! Wie macht der Bündner? Weiss doch nicht. Letzte Frage. Was ist eure Nachricht an Bündner? Bitte in die Kamera schauen und sagen, liebe Bündner und dann eure Nachricht an sie. Liebe Bündner. Nein. Bündner. Bündner. Nein, Bündner. Bündner. B. U. Bündner. Bündner. Okay, nein. Machen sie weiter. Liebe Bündner, ähm, ich kiffe nicht so viel. Liebe Bündner, euer Kanton ist wunderschön. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigts doch vielleicht ein paar Freunde von euch. Gehnt mal einen Daumen nach oben und schaut vielleicht auch noch die Links in der Videobeschreibung an. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!